Wir alle wollen Jean Siegler hören und können es kaum erwarten, doch so ein Preisträger gehört auch ordentlich geehrt. Und zu Ehren unseres Preisträgers erstellen wir ja immer eine Fotoshow. Die diesjährige Fotoshow zu Ehren von Jean Siegler heißt Ein Kind, das heute verhungert wird, ermordet. Erstellt wurde sie von Mareike Schnura, einer Studentin aus Heilbronn, der wir an dieser Stelle herzlich dafür danken. Film ab. Tod. 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 Musik 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 Tomorrow, see you tomorrow Sadio, see you tomorrow Tomorrow, one in tomorrow Sadio, come per tomorrow, per tomorrow Sadio, come per tomorrow Sadio, come per tomorrow Sadio, see you tomorrow Sadio, see you tomorrow Sadio, see you tomorrow